Herzlich willkommen zu diesem Video über Bildschirmobjekte. Es geht jetzt also los mit Gestaltung und Gestaltungsforderungen, von denen wir schon heute in diesem Video einige kennenlernen werden. Und in den nächsten Wochen geht es damit auch weiter, denn auch in den nächsten Wochen geht es weiterhin um Bildschirmobjekte, allerdings dann um speziellere Bildschirmobjekte. Wir reden dann einmal über Schriftgestaltung und auch Schriftbuchstaben sind ja Objekte am Bildschirm oder man kann auch sagen Textzüge sind Objekte am Bildschirm zusammenhängend. Und es geht einmal um Icon-Gestaltung und auch Icons sind natürlich Bildschirmobjekte. Und heute wollen wir aber anfangen mit Bildschirmobjekte im Allgemeinen und ihr werdet sehen, es geht relativ häufig dabei um Buttons. Also ihr könntet heute auch diese Vorlesung ein bisschen als Buttongestaltung verstehen, aber nicht nur, es kommen auch ein paar andere Dinge vor. Ich möchte euch schon mal einführen in dieses Bildchen hier. Oben drüber steht Forderungen zur Reduzierung erzwungener Sequenzialität. Und dieses Bildchen werden wir im Laufe der Vorlesung ausfüllen. Das heißt, da kommen die ganzen Forderungen rein, die wir hier ausarbeiten werden. Oben links, das Kästchen ist schon mal blau markiert. Es geht jetzt also um Präsentation, also darum, wie sich Objekte am Bildschirm darstellen, wie sie präsentiert werden sollen. Und da ist das erste Unterkästchen drin, das, um das wir uns heute kümmern und in den nächsten beiden Wochen auch kümmern werden, nämlich das Aussehen von Objekten. Wir kümmern uns also so im Großen und Ganzen um einzelne Objekte. Es wird allerdings immer wieder eine Rolle dabei spielen, dass wir auch mehrere Objekte mal im Zusammenhang betrachten werden müssen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo bei Icons dann hinterher mal aussagen, dass Icons sich voneinander unterscheiden müssen. Und wenn sie sich unterscheiden sollen, dann können wir ja nicht über nur ein Objekt sprechen. Hinterher geht es dann weiter mit der Anordnung der Objekte, wie sie sich also zueinander verhalten, wo sie am Bildschirm zu sehen sind. Und dann ganz viel später mit den nächsten Bereichen Interaktion, Orientierung und Kontext. Barrierefreiheit und Gebrauchstauglichkeit, die unten stehen, das sind Bereiche, die könnte man auch betrachten, die sollte man auch betrachten, wenn man gute Software gestalten will. Das tun wir aber zumindest im großen Umfang nicht mehr innerhalb dieser Vorlesung. Deswegen sind die so grau als zusätzliche Inhalte dargestellt, die man aber zusätzlich auf jeden Fall auf der Pfanne haben muss. Und zu beiden bedarf es eigentlich zusätzlicher Lehrveranstaltungen oder zumindest zusätzlicher Literatur, die ihr euch anschauen solltet, wenn ihr tatsächlich Nutzungsschnittstellen gestalten wollt. Gut, schauen wir uns mal an, wie wir diese Präsentation und das Aussehen von Objekten denn jetzt eigentlich hinkriegen. Worauf müssen wir achten? Und gleich das Erste können wir zurückbeziehen auf das, was in der letzten Woche besprochen wurde, nämlich es geht um Objekthintergrundunterscheidung. Ich muss erkennen können, was das Objekt ist und was der Hintergrund ist. Das ist manchmal nicht einfach zu unterscheiden. Es gibt da Probleme, vor allen Dingen, wenn man zu wenig Kontrast hat. Und es gibt auch richtige, kuriose Entscheidungen, die manchmal getroffen werden. Und da möchte ich euch eine aus der Uni Paderborn zeigen. Viele von euch, die dieses Video sehen, werden ja Studenten der Uni Paderborn sein. Einige sehen das Video vielleicht auch bei YouTube. Aber vielleicht habt ihr dann ein ähnliches Phänomen, ein ähnliches Hinweisschild an anderer Stelle schon mal gesehen. Diese Hinweisschilder hängen an einigen Stellen innerhalb der Universität Paderborn. Was ist da zu sehen? Ja, schwierig. Was ist eigentlich da zu sehen? Die dienen offensichtlich dazu, dass man von dem Gebäude, in dem man sich gerade befindet, weiter findet in ein anderes Gebäude hinein. Zumindest würde ich annehmen, dass das der Zweck eines solchen Hinweisschildes innerhalb eines Universitätsgebäudes ist. Und was ist das Problem an diesem Bild? Das Bild ist ganz komisch. Was fällt euch als erstes auf, wenn ihr mal so da drauf guckt? Dann seht ihr so eine Struktur, eine hellblaue Struktur von etwas. Und das erscheint euch, aufgrund der Art, wie hier gestaltet wurde, als das Objekt zu sein, um das es geht. Also das, was herausgestellt ist. Aber was ist das Blaue? Das Blaue sind die Straßen in Paderborn, im Paderborner Süden, wo die Universität liegt, und die Parkplätze an der Universität Paderborn. Das ist aber eigenartig. Und die Gebäude, die erkennt man gar nicht. Außer vielleicht das H-Gebäude, das ist hier herausgestellt, weil im H-Gebäude dieses Foto gemacht wurde. Aber alle anderen Gebäude sind kaum zu erkennen. Man muss schon ganz genau hingucken, dass man diese Umrisse erkennt. Und die Fläche innerhalb der Gebäude und die Hintergrundfläche allgemein drumherum ist die gleiche. Das heißt, die Gebäude werden zu einem Teil des Hintergrundes, zumindest auf den ersten Blick. Das heißt, wenn man sich diesen Plan anguckt, dann ist es sehr mühselig, überhaupt herauszufinden, was die Gebäude sind und was das ist, wo ich als nächstes hingehen könnte. Es sind stattdessen Straßen und Parkplätze herausgestellt worden. Das ist eine komische Designentscheidung. Ja, woran kann das liegen? Man hat hinterher neuere Pläne gemacht und neuere Pläne sahen dann zum Teil so aus. Was euch jetzt auffragen könnte, ist, dass dieser Plan im Gegensatz zum Plan eben nicht richtig genordet ist. Man sieht es ja an der Darstellung des Kreuzes da mit dem N an der Stelle. Also N ist jetzt hier schräg rechts unten. Dann hat man das gedreht, warum auch immer man das gemacht hat. Aber ja, auf dieser Darstellung ist es da wirklich viel besser. Eigentlich auch nicht. Auch jetzt sind immer noch die Straßen sehr auffällig und auch die Parkplätze sehr auffällig. Die Straßen haben so einen grünlichen Ton, die Parkplätze grau. Aber die eigentlichen Gebäude sind immer noch relativ schlecht zu sehen. Immerhin ist der eigene Standort hier eingezeichnet, was auch schon mal ein großer Vorteil ist gegenüber dem anderen Plan. Aber so richtig ideal, um sich zurechtzufinden auf dem Universitätsgelände, ist dieser Plan noch immer nicht. Es gibt mittlerweile neuere Pläne am Universitätsgelände, die sehen nicht mehr so aus. Da sind genau die Gebäude dargestellt, teilweise sogar in unterschiedlichen Farben, damit man die Gebäude voneinander unterscheiden kann. Es gibt andere Pläne oder Straßenpläne, Gebäudepläne, Gegendenpläne, die tatsächlich so aussehen müssen. Ich habe hier ein Beispiel mal. Das ist ein Feuerwehrplan. Und hier für die Feuerwehr, also ein Musterplan ist das hier in diesem Falle, aber so sehen solche Pläne aus, die die Feuerwehr hat, wenn sie irgendwo anfährt, wenn sie irgendwo hinfahren muss. Und da ist zum Beispiel, ja, also hier ist es eine Firma, man sieht hier Lager, Garage und sowas, Verkauf, Wohn- und Betriebsgebäude. Das ist offensichtlich so ein gemischtes Wohn- und Gewerbegebiet. Ja, und wenn es da jetzt brennt, dann hat die Feuerwehr natürlich entsprechende Pläne und die sehen so aus. Und was ihr hier seht, sind auch so Herausstellungen der Straßen. Also die Straßen fallen viel stärker auf als die eigentlichen Gebäude. Die wichtigen Gebäude sind noch umrahmt und andere Gebäude in der Umgebung sind sowieso nur ganz schemenhaft eingezeichnet. Ja, und dann gibt es noch herausgestellt Flächen, die sind in gelb. Und wenn man mal in die Legende guckt, dann steht da nicht befahrbare Fläche. Und dann gibt es innerhalb der Gebäude Bereiche, die haben besondere Gefahren. Das ist ein Trafo oder oben ist sogar etwas eingestellt, wo es offensichtlich eine Strahlengefahr gibt. Ja, warum ist das sinnvoll hier? Weil es um die Feuerwehr geht. Und was interessiert die Feuerwehr in erster Linie? Nicht unbedingt, welches Gebäude an welches grenzt, sondern vor allen Dingen auf der Anfahrt, wo kann man hinfahren? Welche, wo sind Straßen? Welche Flächen darf man vielleicht nicht befahren? Wo darf man nicht hinfahren? Ja, und innerhalb der Gebäude interessiert die natürlich, sind irgendwo Gasflaschen gelagert? Ist es irgendwo besonders gefährlich? Und darauf ist dieser Plan angepasst. Das heißt, hier sind die Objekte herausgestellt, die für die Feuerwehr von besonderer Bedeutung sind. Es geht also bei Figur-Hintergrund-Unterscheidung darum, dass man die Objekte des Interesses, also die Objekte des Interesses des Nutzers dann in diesem Zusammenhang, herausstellt, dass die sich vom Hintergrund entsprechend unterscheiden und man nicht lange Zeit braucht, erst einmal herauszufinden, was eigentlich die Objekte der Manipulation oder der Darstellung in diesem Falle noch sind. Die Forderung, die wir dazu haben, ist die ganz, ganz basale Forderung nach der Erkennbarkeit. Erkennbarkeit bedeutet, die Objekte am Bildschirm so zu gestalten, dass sie wahrnehmbar sind, sich vom Hintergrund unterscheiden und optisch voneinander zu trennen sind. Das ist also quasi die Grundforderung an alles. Wenn wir Erkennbarkeit nicht haben, also wenn Erkennbarkeit zum Beispiel Null wäre, gar nicht erkennbar, dann brauchen wir uns eigentlich um grafische Nutzungsschnittstellen auch nicht mehr zu bemühen, dann ist eigentlich alle Liebesmüh vorbei, zu spät. Erkennbarkeit also sehr, 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 sehr grundlegend. Das heißt, es geht bei Erkennbarkeit in der Regel um Kontrast, weil Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung spielt eine Rolle, habe ich gerade gesagt, und es müssen sich die Dinge voneinander absetzen können, der Vordergrund von dem Hintergrund. Und der wichtigste Kontrast, den wir haben, ist der Helligkeitskontrast. Das können wir auch zurückbeziehen auf unsere Überlegungen zur Wahrnehmung. Es gibt ja auch noch andere Kontraste. Man könnte auch einen Sättigungskontrast machen oder man könnte einen Farbkontrast machen, einen Farbtonkontrast. Aber der Helligkeitskontrast ist der Kontrast, der am stärksten wirkt und der vor allen Dingen auch Leute mit Farbfehlsichtigkeiten nicht irgendwie beeinträchtigt. Denn Helligkeitsunterschiede sind natürlich auch für diese Leute wahrnehmbar. Was bedeutet das jetzt? Dass ich auf jeden Fall, wenn ich einen Hintergrund einer bestimmten Helligkeit habe, einer bestimmten Farbe habe, im Vordergrund eine andere Helligkeit wählen muss. Also Hintergrund-Weiß, was ja sehr häufig so ist, dann mache ich einen Vordergrund-Schwarz oder Dunkelgrün und nicht Hellgrau, weil Hellgrau hätte zu wenig Kontrast zum Hintergrund. Ist der Hintergrund etwa Dunkelgrau oder Schwarz, dann muss ich den Vordergrund entsprechend hell gestalten. Also Weiß, ganz helles Grau oder Gelb zum Beispiel. Es gibt natürlich keine Hellblau nehmen, das sind jetzt natürlich immer nur Beispiele hier. Diese Variante übrigens, Hintergrund-Dunkelgrau und Vordergrund-Schwarz, nein, natürlich nicht Hintergrund-Dunkelgrau und Vordergrund-Weiß oder irgendwas anderes Helles, ist das, was man momentan unter dem Begriff Dark Mode so häufig in Nutzungsschnittstellen antrifft. Eine Diskussion dazu will ich an dieser Stelle jetzt nicht führen. Das machen wir in der nächsten Woche, wenn es um die Gestaltung von Text geht, also wenn es um Typografie geht, denn da spielt das eine wichtige, besondere Rolle und da gehe ich auf den Dark Mode nochmal besonders ein. Besonders wichtig ist natürlich, dass man Objekte herausstellen kann, die anders sind als die anderen. Ich habe ja am Bildschirm viele Objekte, die einfach nur da sind und mir zur Information dienen. Ausgabetexte, Feldbeschriftungen oder sowas. Mit denen muss ich nicht interagieren. Ich muss also nicht hingehen und diese Feldbeschriftung verändern. Ich muss auch nicht draufklicken oder sowas. Ich kann sie auch nicht per Drag & Drop verschieben. Also das sind, wenn man so will, passive Objekte. Es gibt aber andere Objekte, die sind manipulierbar oder aktivierbar. Also manipulierbar sind zum Beispiel Datei-Icons, die kann ich verschieben oder ich kann sie auch umbenennen, das wäre manipulierbar. Und aktivierbar würde ich jetzt mal sagen, das ist zum Beispiel ein Button. Den würde ich ja nicht sagen, ich manipuliere den Button, wenn ich ihn anklicke. Das könnte man so sagen, aber aktivierbar ist vielleicht da der bessere Begriff. Ja und die müssen sich besonders unterscheiden von diesen anderen Objekten, damit ich die als solche überhaupt erkennen kann. Und da gibt es auch einige Möglichkeiten und eine wichtige Forderung dazu. Übrigens, gleich vorweg, vieles dieser Aktivierbarkeit und Manipulierbarkeit ist Konventionen unterworfen. Das heißt zum Beispiel, dass ihr ein Datei-Icon als manipulierbares Icon erkennt, liegt daran, dass ihr das mal erlernt habt. Dass Objekte, die so dargestellt werden, also oben ein Icon, am besten noch eines mit so einem Eselsohr dran und unten drunter ein Text und das in einem gewissen Kontext, dass es sich dann um ein manipulierbares Icon handelt, was man unbedingt verschieben oder sonst wie kann. Aus der Darstellung selber geht das beim Icon eigentlich gar nicht hervor. Das heißt, wenn man jemanden davor setzt, der wirklich computerunerfahren ist, dann wird der wahrscheinlich gar nicht erst mal darauf kommen, dass es sich hier um etwas Manipulierbares handelt. Wir wollen aber gucken, dass wir es hinkriegen, dass wir manipulierbare und aktivierbare Objekte zumindest so herausstellen, so weit herausstellen, dass jemand Grund zur Hypothese haben kann, dass es sich hier um ein besonderes Objekt handelt und dann vielleicht zumindest es mal probiert. Oder aber auch, wenn man weiß, dass es solche Objekte gibt, naja, welche sind es dann? Also ich muss es herausstellen. Die Forderung, die damit zusammenhängt, ist die Forderung nach Unterscheidbarkeit. Schauen wir uns einmal ganz kurz rechts das Bildchen an, was ihr dort seht, von Don Norman, The Design of Everyday Things. Das Bild wollte ich euch ursprünglich schon in der Einführungswoche zeigen, also in der ersten Semesterwoche, da unter diesen vielen Ansätzen. Ich habe mich dann aber entschlossen, diesen Ansatz der mentalen Modelle da nicht zu besprechen, denn ich hatte sowieso schon so viel erzählt und man braucht den auch jetzt nicht unbedingt. Aber deswegen jetzt an dieser Stelle zwei, drei Worte dazu. Was sehen wir hier auf diesem Bildchen? Es geht darum, dass ein Designer ein gewisses Modell im Kopf hat, wie ein Artefakt funktioniert. Hier ist es Kaffeemaschine. Auf der anderen Seite, rechts daneben, ist der Nutzer und der hat auch ein bestimmtes Modell darüber, wie dieses Artefakt, also hier diese Kaffeemaschine, funktioniert. Beim mentalen Modell geht es jetzt quasi darum, dass man angleichen möchte, dass letztendlich der Nutzer das gleiche mentale Modell hat oder ein zumindest hinreichend passendes mentales Modell wie der Gestalter. Das mentale Modell selber brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht. Wir machen das mal einfach auf einer anderen Ebene und fragen uns mal, woher kann der Nutzer wissen, wie sich ein Artefakt bedient. Eine Kommunikation zwischen dem Gestalter und dem Nutzer gibt es ja nicht. Es wird ja, er kann ihn ja nicht anrufen. Er könnte vielleicht, in manchen Fällen kann das mal sein, aber im Großen und Ganzen und beim Großteil auch von Software ist das ja nicht so. Also wenn ihr nicht wisst, wie in Word etwas funktioniert, dann sprecht ihr ja nicht mit den Entwicklern von Word. Und das ist nicht der Regelfall. Gut, woher kann er das wissen? Er könnte es wissen, indem er Anleitungen liest, eine Bedienungsanleitung liest. Das ist aber etwas, was relativ selten passiert und sogar bei Software noch seltener passiert als bei anderen Artefakten passiert. Und, sagen wir mal, für diese Frage jetzt, was ist denn eigentlich ein aktivierbares Objekt? Wo kann ich was eingeben? Wo kann ich nicht etwas eingeben? Was kann ich manipulieren? Was kann ich nicht manipulieren? Das ist etwas, das möchte man eigentlich sofort sehen. Da möchte man nicht erst hier anfangen, eine Bedienungsanleitung zu lesen. Das heißt, die Bedienungsanleitung lassen wir an dieser Stelle einfach mal auch außen vor. Wodurch vermittelt sich dann dem Nutzer, wie es funktioniert, was man machen kann? Und das sehen wir unten, nur durch das Artefakt selbst. Das heißt, wir müssen das Artefakt selbst, also unsere Software, so gestalten, dass sie vermitteln kann, was möglich ist. Sonst ist der Nutzer aufgeschmissen und kann es entweder gar nicht machen oder er müsste es ausprobieren und Verzufall finden oder er muss eine Bedienungsanleitung lesen. Und das ist alles nicht erstrebenswert. Die Bedienungsanleitung geht vielleicht gerade noch, aber auch das ist nicht erstrebenswert, dass wir die Leute dazu nötigen, unbedingt eine Bedienungsanleitung zu lesen, um herauszufinden, wie man eine Funktion in unserer Software aufruft. Das heißt, wir müssen eine Unterscheidbarkeit hinbekommen, dass die Objekte, die wichtig sind, die aktivierbar sind, die manipulierbar sind, sich herausstellen. Und die Forderung, die wir dahinter haben, ist die Forderung nach Unterscheidbarkeit. Unterscheidbarkeit bedeutet, Objekte, die sich von anderen unterscheiden, das ist ja hier der Fall, also anderer Art sind oder andere Inhalte repräsentieren, optisch unterscheidbar darzustellen. Ja, jetzt frage ich mich mal, wie geht das denn? Wie kann ich denn einen Text, der jetzt dazu dienen soll, eine bestimmte Funktion auszuführen, optisch so unterscheidbar darstellen, dass jemand weiß, dass es sich hier um einen anklickbaren Text handelt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche ist die, die euch einfällt? Ja, wer von euch hat jetzt gesagt, blau und unterstrichen? Bestimmt einige sind an blau und unterstrichen gekommen in ihrer Überlegung. Ja, ihr seid alle Web-versaut. Denn natürlich, blau und unterstrichen ist eine Möglichkeit, weil so üblicherweise im World Wide Web Links dargestellt werden. Früher sogar noch mehr als heute, aber wenn man zum Beispiel sich eine Wikipedia anguckt, da ist das immer noch der übliche Standard, blau und unterstrichen, bedeutet, das ist ein Link. Generell unterstrichen bedeutet das üblicherweise, dass das sich um einen Link an dieser Stelle handelt. Das ist eine Möglichkeit, tatsächlich eine Unterscheidbarkeit herzustellen. Denn ein blauer und unterstrichener Text sieht natürlich anders aus, als der nicht blaue und nicht unterstrichene Text. Klar, es ist, sagen wir mal, aus der rein wahrnehmungstechnischen Perspektive keine ideale Lösung. Denn blau ist zum einen mal eine Farbe, die man gar nicht so wahnsinnig toll von schwarz unterscheiden kann. Das heißt, so auf den ersten Blick, also wenn ihr zum Beispiel das Unterstreichen mal weglasst, dann ist es manchmal schon schwierig. Ja, und Unterstreichungen hat man auch schon für andere Dinge benutzt und sind auch kein besonders schönes Mittel. Da werden wir später aber noch drauf zurückkommen, weil da eine Linie gemalt wird. Und Linien sind eigentlich immer, naja, nicht toll, sollte man eigentlich immer vermeiden. Dass blau und unterstrichen trotzdem so gut funktioniert, liegt vor allen Dingen dann an dieser Konvention, die sich etabliert hat. Also blau und unterstrichen zum Herausstellen. Hier kann man klicken. Gut. Schauen wir uns aber mal andere Möglichkeiten an, außer blau und unterstrichen. Gleich mal ein Kuriosum, was natürlich auch schon ein paar Tage älter ist, was man am Design hier sieht. Eine Suche in einer Bibtech-Literaturdatenbank. Gut, das gibt es heute noch. Die gibt es ja schon lange, Bibtech-Literaturdatenbanken. Und hier ist offensichtlich eine im Web hinterlegt und man kann da drin suchen. Und ja, das Problem ist, wie kann ich die Suche starten? Ich habe jetzt was eingegeben oben. Ja, und wie starte ich denn die Suche? Wo ist denn der Button zum Starten der Suche? Und, oh Wunder, man muss hierhin klicken, auf dieses animierte GIF, wo diese Lupe die ganze Zeit über diesen Begriff Search hin und her läuft. Das ist bei weitem das auffälligste Objekt. Also, Unterscheidbarkeit ist in diesem Zusammenhang doch gegeben. Warum erkenne ich das trotzdem nicht? Wieso habe ich Schwierigkeiten, das hier als einen Button zu erkennen, als etwas, wo ich draufdrücken muss, um die Suche zu starten? Ja, das Problem ist vielschichtig und führt auf viele Forderungen, die wir erst später besprechen werden. Ich führe sie aber trotzdem an dieser Stelle schon mal alle an, denn da sieht man auch vor allen Dingen schon mal gut, dass an Gestaltungsbeispielen in der Regel nicht eine einzige Forderung beteiligt ist, sondern häufig ganz, ganz viele aus ganz verschiedenen Bereichen. Das erste Mal ist die Positionierung dieses Buttons, ich nenne es jetzt einfach mal Button, obwohl man es nicht als Button erkennt, oder dieser Schaltfläche, sagen wir mal Schaltfläche, diese Positionierung ist unüblich. Wenn ich etwas habe, ein Formular oder was auch immer, irgendwas habe und ich muss das irgendwie bestätigen oder muss zum Abschluss kommen, muss irgendwie weitermachen, dann ist es üblich, dass so ein Button unten rechts ist, denn unten rechts endet die Leseflussrichtung. Ich fange oben links an und ende unten rechts, zumindest so einigermaßen unten rechts. Wenn eine Reihe von Buttons ist, könnte es auch sein, dass unten rechts alle Buttons sind, aber dann wäre es der linkeste. Unserer Empfehlung nach wäre aber, der Weiter-Button, der sollte, oder der abschließende Button, der sollte immer ganz unten rechts sein, innerhalb dessen, was ich gestalte. Das ist hier nicht der Fall. Das ist schon mal ein Problem, es ist stattdessen unten links. Es gibt ein ganz starkes Konventionsproblem, denn dieses Ding sieht nun wirklich überhaupt nicht aus wie ein Button. Das heißt, ich habe überhaupt keine Konformität zu üblichen Darstellungen von Buttons. Und das wird insofern auch noch erschwert, als dass es auch noch einen Button gibt, der aussieht wie ein Button. Das heißt, wenn ich vielleicht irgendwie ein bisschen in Eile bin und lese gar nicht, was auf dem Button steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit einigermaßen hoch, dass ich oben etwas ausfülle und dann unten diesen Knopf drücke und damit lösche ich alles, was ich vorher eingegeben habe. Das ist übrigens so ein typischer Web-Formular-Button, den man meistens nicht braucht. Also bei diesen drei Eingabefeldern und einer Auswahl, dass ich dann unbedingt einen Button brauche, der das wieder zurücksetzt. Na gut, muss das sein, weiß man jetzt eigentlich so richtig. Gut, von mir aus aber dann, dass der natürlich so groß ist und so auffällig, das ist natürlich dann schwierig. Da könnte man schnell mal versehentlich drauf drücken. Es gibt auch keine Wiedererkennbarkeit. Das heißt, in diesem Zusammenhang, es gibt an dieser Schaltfläche dort nichts, was mich wiedererkennen lässt aus irgendwelchen anderen Erfahrungen, also zum Beispiel aus natürlichen Erfahrungen, dass es sich hier um einen Knopf handeln könnte. So sehen Knöpfe nicht aus. Und zwar nicht nur am Computer nicht, sondern auch außerhalb in der normalen Umwelt sehen Knöpfe nicht so aus. Die Animation hier, die lenkt ab. Aber es gibt dann das Phänomen der Animation Blindness. Da sind wir alle mittlerweile gut, weil wir alle ja häufig im World Wide Web irgendwo unterwegs sind und dann gibt es da irgendwo Werbung. Gut, vielleicht habt ihr einen Werbeblocker installiert, aber nehmen wir mal an, ihr habt keinen Werbeblocker installiert, dann lest ihr ja trotzdem nicht ständig die ganze Werbung. Weil ihr es gelernt habt, Animationen auszublenden. Animationen, das haben wir gelernt, haben häufig keinen inhaltlichen Mehrwert. Die sind häufig reine absichtliche Ablenkungen oder irgendwelche Zierelemente. Und das nimmt man hier irgendwie auch an, dass es sich hier um so ein Zierelement handelt. Ja, und dann kommt noch letztlich dazu, diese Animation, die ist zwar auffällig, aber räumlich setzt sie sich nicht ab. Sie ist nicht etwa irgendwie an eine Stelle gerückt, wo man dann sagt, oh, hier ist ein Objekt abgesondert. Jetzt können wir sagen, wenige Dinge von denen müsste man ändern. Wahrscheinlich würde es häufig reichen, wenn ich eines ändere. Und schon käme ich wohl darauf, dass ich diesen Knopf hier finde. Idealerweise sähe er aus wie ein Button und wäre unten rechts angebracht. Und dann würde man sich locker hierauf zurechtfinden. Dass ich Buttons nicht erkenne, liegt meistens nicht wie hier daran, dass sie zu auffällig sind, sondern häufig daran, dass man sie eben nicht sieht, dass sie zu unauffällig sind. Und dieses Beispiel hatte ich euch im letzten Video ja schon mal gezeigt. Ganz kurz nochmal aus Windows 8 das Beispiel. dieser Einstellungsbar, die man durch Swipen von der Seite hereinbringen kann und auf der sich ein Button befindet, mit der man die Einstellungsseite von Windows öffnen kann. Und dieser Button befindet sich ganz unten und ist mit PC-Einstellungen ändern beschriftet. Das ist nicht erkennbar. Es ist nicht erkennbar, dass es sich hier um etwas handelt, was man anklicken kann. Übrigens auch oben nicht. Also unter Einstellung steht ja Start, Kacheln, Hilfe. Auch diese Elemente sind für sich genommen nicht erkennbar als anklickbare Elemente. Man kommt hier eher darauf, weil es sich um so eine typische Menüstruktur handelt. Und in Menüstrukturen ist es einem bekannt, auch aus vorherigen Erfahrungen, dass man die einzelnen Elemente auswählen kann. Unten sieht es aber sehr stark aus wie eine Beschriftung, zumal alle anderen Elemente, die man anklicken kann, ganz anders aussehen. Nämlich dieses typische Icon, von dem ich vorhin mal gesprochen habe. Ein kleines Bildchen. Unten drunter Text, der geschrieben ist. Wie kann ich das verbessern? Ganz, ganz einfach. Nämlich einfach durch eine Aufhellung des Hintergrundes in der Umgebung. Das habe ich mit Photoshop gemacht. Einfach ein Kästchen drum geschlagen und dann habe ich gesagt, Helligkeit hochgezogen. Und dann kam das dabei raus. Und schon haben wir überhaupt kein Problem mehr, zu erkennen, dass das etwas ist, wo ich draufklicken kann. Und unordentlicher ist die Gestaltung jetzt auch nicht geworden. So hätte man was damit anfangen können. Jetzt kann man natürlich mal wieder auf Microsoft rumhacken. Das war, sagen wir mal, zur Zeit, als ich Abitur gemacht habe und als ich zu studieren begonnen habe. Das war so 2001, 2002. Da war das total beliebt. Also da waren Microsoft der Bösewicht schlechthin. Microsoft-Witze waren total angesagt. Bill Gates-Witze waren total angesagt. Das ist ja aus der Mode gekommen. Und das auch berechtigterweise. Und ob es so wirklich berechtigt war, da bin ich mir noch nicht mal sicher. Also ich glaube, auch damals, naja, hatten wir irgendwie ein paar komische Flauseln im Kopf. Aber auf Microsoft rumhacken, was sowas angeht, ist ja immer noch beliebt. Gerade für so Mac-Nutzer wie mich. Da wird uns gerne mal unterstellt, wir würden Microsoft irgendwie nichts gönnen oder sowas und würden das immer schlecht ansehen. Das stimmt vielleicht auch für manche Leute, für mich aber nicht. Übrigens an der Stelle noch mal einen Hinweis. Ich habe mal in einer Veranstaltungskritik in den letzten Jahren, ich glaube, es ist schon drei Jahre her, da stand in der Veranstaltungskritik dann drin, dass ich, wie wurde es formuliert, ich würde Plattformen roasten. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich alt geworden bin, weil ich auf den ersten Blick überhaupt gar nicht verstanden habe, was das bedeuten soll, roasten. Ich habe mich dann erkundigt bei den Studierenden und es meint dann, dass ich die Plattformen runterziehe, runtermache, disse oder was immer man jetzt dazu sagen möchte. Das möchte ich gar nicht. Und das ist überhaupt gar nicht mein Anliegen. Und gerade wenn man Mac und Windows vergleicht oder das auch mit Nutzungsschnittstellen im Linux-Bereich vergleicht, dann kann man eigentlich kaum feststellen, dass da die eine gut ist und die andere schlecht ist. Also wir werden gute Windows-Beispiele sehen, wir werden gute Mac-Beispiele sehen, wir werden ein paar gute Linux-Beispiele sehen. Wenn ihr da welche habt, schickt sie mir auch gerne mal. und wir werden schlechte Windows-Beispiele sehen, wir werden schlechte Mac-Beispiele sehen und wir werden bestimmt auch vielleicht mal ein schlechtes Linux- oder Unix-Beispiel sehen. Darum geht es nicht an dieser Stelle. Und das kommt sich auch aus. Also, dass da irgendeine dieser Nutzungsschnittstellen wahnsinnig überlegen ist, das ist eher Gegenstand von religiösen Debatten in Internetforen, aber nicht hier von dieser Veranstaltung. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe gesagt, ja, hier Windows 8, man hätte das an dieser Stelle nur machen müssen. Und ich wollte sagen, Microsoft ist mit dieser Fehlentscheidung, unserer Ansicht nach, nicht alleine. Denn zum Beispiel die Firma Adobe hat fast das Gleiche gemacht. Schaut mal hier drauf. Und da sollte man annehmen, Adobe, das ist doch eine Designfirma. Naja, die werden wahrscheinlich sogar auch ihren Grund gehabt haben, dass sie das gemacht haben. Aber aus softwareergonomischer Sicht ist das hier nicht gut. Was sehen wir hier? Hier ist das Dialogfeld, was erscheint. Das Eingabefeld, das Abfragefeld, wenn ich eine neue Datei anlege, wenn ich ein neues Bild anlege. Gut, das erscheint hier. Ja, und was ist das Problem? Man erkennt zum einen mal schon mal die Buttons kaum. Ihr seht rechts oben drei Buttons. Vier sind es. Also einer ist vervorgehoben, zwei sind normal und einer ist ausgegraut, also inaktiv gesetzt. Diese Buttons sind schon schwer zu erkennen. Die haben eine Ähnlichkeit von der Gestaltung mit den Gebäuden, die ich vorher gezeigt hatte auf diesem Universitätsplan. Und noch schlimmer eigentlich als das ist, dass Eingabefelder teilweise nicht zu erkennen sind. Also wo kann ich denn überall etwas eingeben? Naja, diese Felder zum Beispiel, wo Zentimeter drinsteht, da geht es gut. Da habe ich nämlich eine Unterscheidung zwischen diesem Eingabefeld und dem Hintergrundfeld. Das Eingabefeld ist dunkler gestaltet. Gut, ob das die gute Wahl ist, es dunkler zu machen anstatt heller? Gut, lassen wir es mal da. Zumindest ist es unterscheidbar. Aber in der Zeile davor oder in der Spalte davor, wo Breite und Höhe steht, das sind auch Eingabefelder. Und diese Eingabefelder sind schwer überhaupt noch zu unterscheiden. Eigentlich muss man wissen, dass es sich hier um Eingabefelder handelt. Man könnte daraus schließen, dass es sich um Eingabefelder handelt, dass sie unterstrichen sind mit einem leicht helleren Strich. Aber das ist so subtil und so wenig unterscheidbar vom Rest, dass man nicht unbedingt, zumindest nicht auf den ersten Blick, den Eindruck hat, man könnte an dieser Stelle etwas eingeben. Und auch hier habe ich einfach mal mit Photoshop, das ist ja Photoshop, konnte ich ja direkt nutzen, eine alternative Gestaltung gemacht. Einfach auch, indem ich mal wieder Bereiche aufgehält und abgedunkelt habe. und dann kam das dabei raus. Das ist jetzt auch kein aufdringliches Design, das jetzt irgendein Button mir entgegenschlägt und dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, wo ich hingucken soll oder so. Aber es ist doch viel besser erkennbar, was Buttons sind und was Eingabefelder sind. Zumindest sind alle Eingabefelder anders als der Hintergrund und alle Buttons anders als der Hintergrund. Und das ist eine ziemlich einfache Möglichkeit, mit der ich eigentlich häufig arbeiten kann. Ich nehme einfach andere Helligkeiten, um zu unterscheiden, was Hintergrund und was Vordergrund ist. Andere Sättigungen funktionieren auch. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie, auf der nächsten Ansicht. Ein Hinweis aber nochmal oder eine Überlegung, die vielleicht man anstellen sollte. Sind die denn blöd bei Adobe? Wieso haben die das gemacht? Früher war das nicht so. Früher sahen bei Photoshop die ganzen Masken, Eingabemasken dieser Art, genauso aus, wie sie üblicherweise im Betriebssystem aussahen. Das heißt, bei Windows hatte man typische Windows-Buttons und bei Mac hatte man typische Mac-Buttons und ja gut, mehr Plattformen gab es dann jetzt auch nicht. Aber die verschiedenen Versionen von Windows sahen dann auch wieder unterschiedlich aus und so. Mittlerweile ist es so angeglichen. Gut, das Angleichen könnte ein Grund sein. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Warum hat man denn überhaupt so ein Design gewählt, was so wenig prägnant ist und dann auch noch dunkel? Also über Dark Mode habe ich ja schon gesagt, sprechen wir später. Ja, es handelt sich um eine Bildbearbeitung und bei einer Bildbearbeitung soll natürlich das Bild im Vordergrund stehen. Es soll nie so sein, dass Elemente des User Interfaces so aufdringlich sind, dass sie vom eigentlichen Bild ablenken, also das Wahrnehmungssystem irgendwie unfreiwillig immer steuern, sondern die sollen alle dezent im Hintergrund bleiben und der eigentliche Inhalt soll im Vordergrund stehen. Diese Entscheidung wird in ganz vielen Bildbearbeitungsprogrammen getroffen und auch in Videoschnittprogrammen. Deswegen ist es da auch relativ plausibel, dass man einen Dark Mode verwendet, dass man diese Programme in dunkel hält und sagen wir mal, das User Interface dann auch Ton in Ton gestaltet und nicht sehr aufdringlich macht. Man hat hier allerdings das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und ist zu weit gegangen, zumal an dieser Stelle hier auch das Problem überhaupt nicht auftritt. Denn wenn ich mich um dieses Neu kümmere, also diesen Vorgang des Neuerstellens eines zu entstehenden Bildes, dann habe ich gar kein Bild da, was eigentlich im Vordergrund stehen müsste, sondern dann ist genau dieser Eingabebereich, dieses Eingabeformular das, worum es mir geht und was auch gestaltet werden muss. Also, Adobe, merkt euch das. Ihr guckt ja bestimmt alle zu. Schlechte Entscheidung. Macht das doch mal anders. Macht das doch vielleicht mal so, wie ich das auf der rechten Seite dargestellt habe. In anderen Programmen machen sie das übrigens ähnlich. Also, in Lightroom zum Beispiel, ist ja auch eine Software von Adobe zur Bildverwaltung und zur RAW-Datenentwicklung, also zur Bildschnellverarbeitung, wenn man mal so sagen möchte, da haben sie das ganz anders gestaltet. Sehen wir gleich auch nochmal Beispiele zu. Was können wir machen? Fassen wir das zusammen. Wir können Helligkeitsunterschiede machen. Vorne hell, hinten dunkel bietet sich an. Andersrum geht auch, aber vorne hell, hinten dunkel ist die Variante, die plastischer ist, die etwas besser funktioniert. Oder wir können Sättigungsunterschiede machen. Vorne gesättigt, hinten ungesättigt. Ja, und jetzt habe ich vorne zwar gesättigt, hinten ungesättigt, aber das vordere ist dunkler als das hintere. Und ihr seht, also unterscheidbar ist es natürlich. Aber dieser Abhebeffekt, der ist nicht mehr so gut da. Wenn ich das kombiniere, dann funktioniert es sogar besonders gut. Also vorne gesättigt und hell und hinten ungesättigt und dunkel, das funktioniert richtig gut. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie ich diese Plastizität, dieses Abheben, und das ist natürlich eine tolle Form von Unterscheidbarkeit, gewährleisten kann, aber das erzähle ich euch erst in dem nächsten Video.